Die Brücke von Kashiro. Die Schlacht steht an einem kritischen Punkt. Die Brücke von Kashiro ist das Herz des separatistischen Nachschubs. Kämpfen sie sich zur Mitte vor und zerstören sie die Brücke, um den weiteren Vormarsch der Separatistens zu ersticken. Die Separatisten sind gelandet und schwärmen aus. Ihr Team muss den schwächsten Punkt der Brücke, einen schmalen Bogen in der Mitte zerstören. Damit werde die einzige Verbindung zwischen Wookies und Separatisten. Zerstören sie sich. Wenn die Separatisten den Bogen zuerst erreichen, wird es schwierig. Roger. Viele Wookies sind hier nicht, aber sie helfen uns, wenn sie können. Ja, die Wookies haben bewusst jetzt mal ein bisschen mit. Wo man halt kostenlos ist. Was? Sie haben die Frachtschotten verriegelt. Können wir sie öffnen? Negativ. Sie wurden verriegelt, um den Feind aufzuhalten. Sie müssen die Schotten umgehen. Werden wir den Zugang zu den Hauptrouten blockieren, können wir die Separatisten zum Angriff zwingen, sobald wir besser fliegen. Sie sind durchgebrochen. Die Wookies sollten grünes Schweißen. Wieder werfen sie Pazermalgranaten durch das Loch. Der Schott müsste die Typen aufhalten. Puh! Nicht überlegen! Du brauchst ein bisschen jünger, oder? Nein! Ja! Ja! Für meine Wookies ist in diesem besch Yeg thermometer! Auf dile frase! Noch nicht. Gle Äh. würde zerstörungen nicht mehr ja ja an der mit der zitadelle nach und noch etwas die brücke selbst ist in der mitte durch einen kleinen brückenbogen verbunden der die beiden hälften verbindet die vorhut der separatisten hat diese seite der brücke bereits erreicht und versucht der eigentlichen invasionsarmee den weg zu ebnen dann platzieren sie an diesem punkt an dem die beiden teile der brücke zusammengehalten werden eine sprengladung sie müssen diese brücke zerstören damit die separatisten aufgehalten werden viel glück delta vielleicht kriege ich dort diese patronen gott die ich schon immer wollte hier mit den schweren geschützten schalten sie sie von dort aus der nehmen sie diese grenadierer unter beschuss hier kriegen wir sie nicht wir brechen auf dann ruhig ist können alle machen möchten auch gönnen sie sich ein bisschen bakter von hier haben wir freies schussfeld und was macht es schalten sie sie von dort aus jetzt packen wir die echten wacht raus jetzt packen wir die echten wacht raus gehe in position was für bereit delta 10 räumen sie das gebiet ist jetzt tot? schalten position ändern delta da war besser davon delta team machen wir es von hier aus manöver abbrechen delta das gebiet eingedrungen darauf wäre ich ja nie gekommen machen sie das ruhig dicht ja wenn wir diesen astro unterschicken können wir sie vielleicht auch halten dann stutzen wir mal die bäume ja ich schaffe gleich gut oder oh nein ja da haben wir es nicht einmal erledigen da zweig die nicht einmal dort zumindest kommen ja so den riesen mg ja ich nie eine chance das meine jetzt kannst du schnell down gehen das war halt damals wenn man halt unüberlegt einfach mal den schiff rum geistert ja und alleine gegen den kämpfen muss ihr seid übelst kritisch ihn zu bekämpfen weil du so schnell down gehen kannst du wirst ja sehen ich hab ich hab da gesehen ich hab voll das leben hier gehabt und zick weg wenn man einfach in offenen feld rum steht ähm na dank hacken sie die verdammte tür delta mhm im gott hier noch hier mit dem thema munition ne dann spielen wir den blaster bisschen na gut ihr habt eigentlich gar keine chance ja ja ihr habt ihr helfen heute da uns also ich muss sagen wie ist die dumme wohnen hier der fehler fehler handschuhe nicht bewegen da ist irgendwas ne mine visormodus auf nachtsicht schalten delta volle spektral verstärkung die rechnen sicherlich damit dass wir im dunkeln sehen können los erledigen sie das nähert euch dem geld der kondukt wünscht mir glück fast geschafft ich bin immer noch dran ich bin immer noch dran seltener das gibt eine narbe oi ein feuerwerk oi ein feuerwerk die kondoschörner sind früher als erwartet angekommen sie konnten sich immer ein geschütz feuer aufpassen deltas locken wir sie in ihre eigene falle ein weiteres opfer zu lassen ein kondos weniger sauberer treffer delta 3 schnell an das geschützte wir brauchen eine schwachstelle um durchzubrechen sprechensatz vorbereiten delta formieren sie sich schalten sie sie von dort aus den kapitens befriedung abgeschlossen vorsicht hm ich vertraue dir nicht mit sprengstoff deltas trickser machst du gut brauche deckung fast fertig ja ja fertig sprengsatz ist schafting positionieren sie sich hier delta lauft mir nicht in die schutzlinie kameraden deckung deltas muss ich verarschen munition erschöpft genau wie ich in munition wirst du mich verarschen munition erschöpft nicht übel nicht übel nieder grundgeschoss delta was für eine aktion war das denn eigentlich von dir scotch warum ist er nicht mehr raus gerannt gehen sie in position gehen sie in position delta mache waffe bereit schalten sie sie von dort aus delta erwarten sie gesellschaft 3-8 wir brechen auf genehmigen sie sich etwas bakter ohne bakter wenn dabei hoch eher mit den schweren geschützten hat ja toll geschossen und bei der und wort umweg doch die stadt er keine stürmer Tempo Deltas, wir müssen den Bogen halten, sonst hat die Infanterie keine Chance Scharfschützenstellung einnehmen, Kommando Präzisionsschuss einleiten, Delta Genehmigen Sie sich etwas, Bacta Gehen wir weiter Kein Bacta verabreiten, Kommando Gönnen Sie sich ein bisschen Bacta-Delta Versteht man nicht, Jens Wird so Oh, hallo Granate Er ist erledigt Sklaven für Delta Ich bin wohl nicht bei dem Druck Das Spiel ist eigentlich so geil Ihr müsst wirklich mal das Spiel auch mal spielen Warum kriegen immer wir die lästigen Jobs Wie damals bei Gordon Freeman nie verstanden habe Ah, war zu weit Da war nicht den, Radoschana hier Radoschana hier Radoschana hier Radoschana hier Radoschana hier Ich spawne einfach hier hinten Ich spawne einfach hier hinten Ich spawne einfach hier hinten Das ist Ihr Ziel, Delta Team Wenn wir die Separatisten hier aufhalten können Können wir Kachiro halten Sie müssen in der Mitte des Bogens einen Sprengsatz platzieren Ach und Sie sollten den Bogens evakuieren bevor Sie die Ladung zünden Ich spawne einfach 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 Drohiden Wir scheinen uns dem Kernstück der Separatisten zu nähern Zeigen Sie was Sie können Kommando Ich nehme Position ein 07 ist Einsatzbereit Das ist schwierig Ich spawne einfach Wohl Wir sind weg Wie der Status bei Und nachladen Schwere Gefechte mit Druiden Aber wir haben alles im Griff Schalten Sie sie von dort aus, Delta Sind unterwegs? Aus Goss In Position Regeler 1 Töten Sie bevor sie nicht tönen cool alter klar ne wirklich so ach f***t euch okay das war halt wir können nochmal laden also da können sie ihm nichts machen aber wir haben alles im griff ach 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 oh man ich brauche Hilfe, Kommandos schreckliche drücke ist jetzt schrecklich die stelle dort 2 positionieren sie sich hier mann macht doch mann machte ich sechs meine tritt so du bist der erste stelle du bist nach vorne also du in scheiße schutz übernehmen wir machen sie alle das geht nicht so wird